Können wir jetzt alle abrasten? Genau das wollte ich, wir haben euch aufgespürt und wollen mit euch jetzt über das Business reden. Bleib rein, zieh die weiße Lein, die Party geht auf mich, hau rein, behalt den Lein. Es wird gesoffen, doch zeigt die Erde offen und bleibt nur im Stehen, es gibt doch so viel zu sehen. Guck nach rechts, der Fanker, der sich Probst kauft und guck links, der Junkie, der sich Obst klaut. Guck da, der Plattenladen, die Geschäften lauten dich und sie, die Funktionierigen dahinten, verkaufen sich. Ein Stück weit, dann wird die Welt wieder hell, guck vor allem Willen, nur mit fünf Sterne und Helden. Ja so, der den Kinklisten war. Los 3. Da ist es noch ganz gut. Was nicht erinnert ist, sondern ist wohl so, dass es dabei sind. Das ist noch mal auszettet. Wie? Da ist einfach mal auszettet.